hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal erstmal fertig atmen ich befinde mich wieder an einem lost place an einem neuen muss ein bisschen aufpassen weil direkt neben dem lost place ist es rathaus man kann das also alles richtig gut einsehen aber ich bin inzwischen drin und jetzt schauen wir mal was es so zum gehen zum sehen gibt so so Oha, das sieht nicht mehr gut aus. Komplett eingestürzt hier. Da brauchen wir dann irgendwann mal eine Lampe. Aufmarsch mal weiter, das ist da wo die Decke runtergekommen ist. Das ist da wo die Decke runtergekommen. unterm Dach gibt es also nicht mehr sonderlich viel außer dass da die ganze Decke nachgibt deswegen werde ich hier nicht weiter gehen und man sieht es wenn wir da rein gehen da ist alles runter gekracht Dach ist drin und von daher ja gehen wir mal wieder runter da ist also das komplette Dach eingestürzt da ist also wirklich da ist nichts mehr da waren ein paar Toiletten hier war mal ein Zimmer aber auch da ist der Boden eingebrochen und die Decke kommt runter also viele gibt es nicht in die andere Richtung in die andere Richtung genau da sehen wir auch wieder wie Dach und alles nachgegeben hat da haben wir eine Waschgelegenheit Gelegenheit. Ja, mehr ist es nicht. Dann warte ich jetzt mal ein Fotoapparat zücken und ein paar Fotos machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020